Guten Abend. Hallo Kai. Wir haben extra gut durchgewärmt hier vor uns. Ja, ich merke das schon. Und da ist die ganze Zeit hier so eine Motte immer durch die Gegend geflogen. Nein, das ist unsere Biene Maya und wir wissen gar nicht, wo das Ding herkommt. Ob hier irgendwo in der Nähe ein Westen-Nest ist. Unser Bernd, unser Kameramann, der ist schon auf Yacht. George, du kommst aus dem Ruhrpott. Ja, man hat es gehört, ne? Ja, und ist das eigentlich auch so eine Schlagerhochburg? Ist es ja, ist es dann auch eine Countryhochburg? Ja, ich würde sagen, wo haben wir noch eine Countryhochburg überhaupt? Außer vielleicht in Amerika. Aber na gut, man versucht es halt. Man hat die Liebe zur Countrymusic. Ich mache das jetzt nicht, weil ich meine, es gibt nicht so viele Countrysänger wie Schlagersänger. Ich mache das wirklich aus Überzeugung. Und ich singe ehrliche Texte für die Leute von der Straße. Für normale Leute halt. Genau, da sind ja ein paar richtig schöne Sachen auch bei. Auch gleich der nächste. Auf Teneriffa gibt es kein Dose-Fund. Das ist ja auch, du schreibst selber, ne? Ich habe alle Titel, die heute hier in der Sendung von mir vorkommen, die habe ich alle auch selbst geschrieben. Wie kommt man drauf? Ja, das sind so Sachen, so Geschichten, die das Leben schreibt teilweise. Ich habe zum Beispiel auf Teneriffa, da mache ich immer in der Winterzeit sehr viel Musik. Ende November, Januar und bis zur Karnevalszeit ist ja hier gar nichts zu tun bei uns. Und ich saß da in so einem Straßencafé und da habe ich einfach so Leute beim Unterhalten zugehört. Und der eine sagte, ja in Deutschland wird immer alles schlimmer. Und sagte, ja gut, wir haben jetzt hier Hartz IV und wir haben jetzt hier die Praxisgebühr, die Schlechtschreibreform und scheiß Dosen-Fund. Und dann ging die nachher weg und dann sagt der eine, ja, ja, dann tschüss, bis die Tage mal und wir haben ja auf Teneriffa keinen Dosen-Fund. Und dann sage ich, das ist ja die echte Aussage, ne? Da muss man sich mal reinziehen. So ein Satz wie, auf Teneriffa gibt es keinen Dosen-Fund, das klingt ja schon wie 1000 Volt, ne? Und da dachte ich mal so, da brauchen wir jetzt nur noch eine Zeile darauf schreiben, die sich dann irgendwie noch reimt. Und was reimt sich da am besten? Ja, da gibt es allerhöchstens mal einen Sonnenbrand. Haha, hören wir gleich. George, hast du denn auch irgendwie amerikanische Vorbilder, die du besonders gerne hörst? Ja, ich bin ein absoluter Fan von Johnny Cash. Ich auch. Durch und durch. Ja. Und man merkt es an dem einen oder anderen Song, dass dann mal so ein kleines bisschen Boom-Chicka-Boom auch mal drin vorkommt. Bist du auch schon mal drüben gewesen? Ich bin noch nicht drüben gewesen, aber ich habe das jetzt mal irgendwann vor, das zu machen. Vor allem mal hier so die alten Stellen mal so zu besuchen, wo zum Beispiel so die Country-Tradition, so, sag ich mal, die Hochburg war. Grand Ole Opry, Sun Studios, solche Sachen mal. Das alte Haus von Johnny Cash, wo er damals aufgewachsen ist. Das ist ja mittlerweile verkauft und man kann es besichtigen, ne? Das habe ich alles vor mir mal anzuschauen irgendwann. Aber jetzt kommt ja erst mal wieder der Winter und dann ist ja bald wieder der Ort angesagt, wo es kein Dosenpfand gibt. Genau. Gibt es CDs von dir? CDs gibt es von mir und es gibt auch Informationen, wo man die entweder kaufen kann oder wo man die auch bestellen kann. Kann man auf meiner Homepage auch mal nachgucken. Sag doch mal. Das wäre dann unter, schaut mal einfach rein und schreibt mir was Nettes ins Gästebuch, wenn ihr Lust habt. Also ich freue mich über jeden netten Eintrag, ja? Und die Homepage-Adresse lautet www.country-george.de Prima. Und wie gesagt, ruhig was Liebes ins Gästebuch schalten. Und da kann man dann auch sehen, dass man die CDs bekommen kann von dir. Ja, das gibt einige Shops. Das ist ja mittlerweile auch sehr, sehr schwierig, an CDs dranzukommen. Also von deutschsprachigen Künstlern, die nicht wirklich jeden Tag auf WDR 4 gespielt werden. Und dazu zählen ja wirklich auch so, sag ich mal, alle Leute, die heute hier sind. Das kann man so sagen. Es gibt jetzt einen Sampler, den kann man tatsächlich bei Saturn kaufen und bei Mediamarkt und bei den ganzen großen Plattenhändlern. Diesen DA-Sampler-Ruhrpott-Schlager. Da ist zum Beispiel ein Song von mir drauf. Den Song, aber das ist wirklich dann auch der einzigste. Wenn man jetzt speziell den Teneriffa-Song haben will oder, sag ich mal, Duisburg-Nacastrop, dann sollte man vielleicht doch mal auf die Homepage gucken. Das sind dann schon so spezielle Sachen. Die sind dann einfach nicht so einfach zu kriegen. Gibt es denn bei euch solche Auftritte, wo so eine geballte Ladung von Country-Sängern aus dem Pod sich mal trifft und mal ein richtiges Konzert macht? Es ist eigentlich bei den Country-Sängern genau wie bei den Schlagersängern. Es ist da auch eine gewisse Konkurrenz. Es wird immer nach außen hin so vorgegaukelt. Wir sind eine große Familie. Das stimmt in der Schlagerszene nicht und stimmt auch nicht in der Country-Szene. Das ist leider so. Leider ist es so. Schöner wäre es, wenn die Leute ein bisschen mehr zusammenhalten würden. Aber es ist doch der eine des anderen Konkurrents. Ich will jetzt nicht sagen Feind, aber Konkurrent. Und dementsprechend, wenn da irgendwie Auftritte sind, wo man ein paar Euros verdienen kann, dann bloß nicht den nächsten sagen, sonst geht der dann auch dahin und die Kohle hole ich mir. So läuft das einfach. Das ist total schlimm geworden. Das ist auch sehr, sehr schade. Denn ich denke mal auch, wenn man sagen würde, gemeinsam macht mal was, dann ist man auch gemeinsam eben halt stärker als jeder Einzelne, der für sich versucht. Der zweite Song, den ich gerade gespielt habe, das war von Duisburg-Nakastrop, den habe ich rausgebracht mit einer Oberhausener Band, die zwar keine Country-Band ist, sondern eine Rock-Band, ist eine Oberhausener Kult-Band, nämlich die Sputniks. Und mit denen habe ich zum Beispiel eine jahrelange Freundschaft. Und ich werde immer wieder von den Leuten angesprochen, wenn ich irgendwas habe, Studio-Projekte, wenn ich irgendwie Musiker brauche, Gitarristen, ich meine, ich spiele selbst auch Gitarre und Keyboard, aber wenn ich die brauche, die spielen so gerne mal mit, mach doch mal irgendeinen Titel, produziere was für uns. Und deswegen habe ich diesen Titel gemacht. Das war unsere Zusammenarbeit, die schon lange mal fällig war. Hört sich aber gut an. Ja, und wir wollten auch diesen rockigen Sound machen, weil das ist beim Country auch kein Stilbruch. Die neuen Country-Songs aus den Charts, die sind ja alle mit heulenden E-Gitarren, vielen Effekten drauf, Brooks and Done und so, diese ganzen Leute. Was ist jetzt dein nächstes Projekt, was wirst du in nächster Zeit in Angriff nehmen? Keine Riffer. Richtig, genau. Ich habe aber auch eine andere Sache noch am Laufen. Und zwar, du hast ja den Titel mit einer Fiddle, den kennst du ja auch. Da ist ja eine Chorsängerin drin. Die traf ich vor zwei, drei Wochen in Bottrop in einem Imbiss wieder. Zufällig, nach Jahren. Und ich hatte immer geglaubt, die hätte aufgehört mit dem Singen. Und ich hätte mal mit ihrem Vater gesprochen. Und der sagte mir, die Nicole, die macht nichts mehr. Und die hat das völlig am Nagel gehangen mit dem Singen. Und ich habe gesagt, wieso? Dein Vater sagte, du machst nichts mehr. Nein, sagte ich zu mir, mein Vater darfst du nicht immer alles glauben. Willst du eine eigene CD machen? Ja. Ich sage, okay, produziere ich mal demnächst was für dich. Jetzt habe ich schon den Titel fertig für Sie. Wir wollen aber dann in den Schlagerbereich gehen, so im Stil. Versuch mal so in Andrea Berg oder vielleicht Helene Fischer, so in diesem deutschen Disco-Fox, in stampfenden Rhythmus, so was zu machen. Nur damit sie mal ihren langen Wunsch von einer eigenen CD erfüllt bekommt. Wenn die fertig ist, versprichst du mir, kommst du... Die schicke ich dir zu und ich schicke dir auch die Dame gleich mit. Das ist sehr in Ordnung. Alles klar. George, ich darf dich wieder rüber bitten. Okay. Denn wir hören jetzt noch zwei Titel von dir. Gerne. Und zwar, gehst du schon mal rüber? Hey, wollen wir nicht das alles hier abreißen? Genau.